willkommen zu einer neuen folge we happy few wir sind immer noch in diesem überschwemmten bunker gewesen wir haben heute auch freitag den 9 oktober 1964 ein gutes jahr ein guter tag ich glaube immer raus gucken was draußen los ist so ein klein klein bunker ein glückliche sicht für einen glücklichen ort wir sagen wenn diesen komischen englischen club rein den reform club aha von neun uhr abends bis sieben uhr morgens toll ich frage es doch ab wann zählt denn die quillstunde das wäre jetzt mal interessant zu wissen jetzt ist jetzt die ausgangssperie warum ist auch schlimmer wenn es einfach geht dann um hello hello please hold your invitation up to the camera um um i don't exactly have a invitation as such just a healthy curiosity curiosity it's a private club you must have an invitation boi wo ist denn mit ihr im kopf aber kkk uhr kkk kkk we kkk I've got better things to do! Yeah! Right! That cuts it! I don't have time for this nonsense! Shade, I'm gonna cut! That's it! That's it! There's the murderer! Right there! He wants to help you build their coverage! Give him a scratchy! That's the spirit! Give him a scratchy! That's the spirit! Give him a scratchy! That's it! 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 Okay! Hier steht immer noch der Bobby Na gut, dann soll er da rumstehen Interessantes Butler hier, ne? Den Weg finden, an der Party teilzunehmen Die Tür ist verriegelt Warte mal, die Waffen nicht irgendwie durchsortieren? Warte, die Waffen, 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 Waffen Was ist denn so im Kopf los? Du bist das richtige Junge, das richtige Wie friedlich er aussieht Wenn du Scotch, Glasflaschen Brauchen wir's zu essen Ist das ein Anzug, dieser Gummi-Jump-Gummi-Anzug da? Oh I look like an utter perv in this suit At least I'll fit in among pervs Nimm die Maske mal mit Um, Percy, they said you got a caning at school Yes Did it hurt very much? No Are you sure you're gonna be alright? Yes Do you understand why? Do you understand why? 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 Well, why you got the caning Yes Did you really kick a rubbish bin into Leslie Crowden's face? No I didn't Right Did you kick a rubbish bin? Yes Yes Did it then go into Leslie Crowden's face? I I didn't see him I I didn't see him He came around the corner He came around for He came around the corner Oh, that's not at all your fault then Oh Good Are you being sarcastic? Yeah, I was being sarcastic I hate it when you're sarcastic I know No 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, also Ja Was soll ich dazu sagen? Hey Okay, was verwirkt sich in der Vorhang Nummer 2? Ja, ja, ich Weiß nicht, ob ich das jetzt hier so Leben wollen würde, wenn es auf... Ja, genau Das hier wäre Ja, ich bin Ich bin ja mal hier. Ihr macht wirklich den B's? Was ist das? Ich bin schrecklich. Ich bin schrecklich. Ich bin schrecklich. Ich bin schrecklich. Und ich bin. Und ich bin. Ich bin mein adet. Na, kommt. Ach, der kann durch die Tür durch, oder was? Na, aber gut, so können wir ein bisschen Ressourcen, der kann hier so weiter rum wackeln. Wir sind ja zum Glück alle nur bewusstlos, sondern von dem her. Not that hole! Das ist es! Oh, yes! Who's there? Oh, I'd love to chat, but I'm so discombobulated right now. I can't find my magic wand. I mean, I know where it is. It's in the locker, of course. But I can't find my key. And John Cleland and his friends are coming. They do so love my magic wand. Do you think you can help me find my key? I have to tidy, you see. Could you bring it to me here? Don't touch anything. It's got to be just so for my guests. Oh, my God! Someone's been murdered! Why are we doing this to each other? Ich hatte die einfach dabei. Nicht auch nicht. Oh, my God! Is that her magic wand? I could use that as a sort of unbreakable headknocker. I have a feeling that's not what they use it for later. Das Kappe geht hier hin, und da ist ein Knopf. Dafür brauchen wir den Schlüssel von hier. Ich frage jetzt nur, wo ist diese... Okay, gucken wir mal weiter. Ich dachte schon, die hätte den Schlüssel, aber hey. Bam! Hier ist auf jeden Fall nicht der Schlüssel. Dann kommen wir mal unten weiter. Ich frage jetzt nur, wer... Der Jucca. Okay, wenn wir hier lang herkommen... Ach, eins. Okay. 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 Ich hoffe, ich wird drinnen rum. Okay. 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 What? What have we come to? Oh Tempore, oh Moris. Excuse me, I've been asked to check up on Dr. Faraday. Where's Bobby Hickenbotham? The Executive Committee don't let just anyone drop by the lab, you know? Why not? Because they might be friends with Dr. F. You know what Dr. F could do with a bucket of motoline and a handful of mechanical bits? No, I don't either. And that's the point, innit? He's, uh, at the Reform Club. Again. What are you implying? Apparently feels a bit guilty about Dr. F. You don't know about his, uh, bonchance? Bobby Hickenbotham is marrying my sister. And I will thank you not to cast any perverted aspersions at his reputation. I have been ordered by the General himself to ask for credentials from the Beautification Committee. Have you got any? There you go. Fine. Watch out for anyone chattering away in something that don't sound like English. They're like mad dogs. And they'll give you plague. And keep your mouth shut about penchance, right? Oh, you better take these. In case you do catch plague over there. Not that I would wait. Okay. Hmm. 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 Wollen wir vielleicht auch noch so an deinen Dings rankommen? Na gut, ich würde mal sagen, wie man hier ist beim Kleinkart, wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, da unten ein Abo. Nun sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn! Bis denn!